Willkommen zurück zu Gast heute Morgen, Bastian Pastewka. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Lotte und ich sind der Fanclub und ihr führt das Interview, richtig? Achso, ihr seid der Fanclub. Ja. Wie groß ist die Freude denn beim Fanclub, wenn man weiß, heute ist der große Tag, an dem die neue blaue DVD auf den Markt kommt, die andere auch die Doppelbox, oder? Richtig, diese beiden DVD-Boxen gibt es seit heute. Die blaue ist die DVD zur vierten Staffel, also der gerade laufende Pastewka-Staffel, heute Abend wieder eine Folge, die vierte. Und nebenan ist eine neue Superbox entstanden, in verrückter Weise, wo sämtliche Folgen, wie wir von Pastewka je gemacht haben, alle 38, plus obskures Bonus-Material, Quiz-Spiele, Extras, Making-of, Outtakes, Pannen, zusätzliche Szenen, Folgen im Directors Cut. Aufkleber. Aufkleber. Oh ja, Aufkleber. Aufkleber, nicht zu vergessen. Sie sind alle, alle dort. Ein Aufkleber mit der gesamten Family in einem lustigen Fernseher, verrückte Sprüche, den Schattenriss zum Aufkleben. Ich werde wahnsinnig, um es mal kurz zu sagen. Hier ganz schön finde ich auch die vielen Fernseher-Apparate, wenn wir hier runterschwenken, liebe Zuschauer, ihren Fernseher einfach ein bisschen bewegen. Ja. Das ist ja schön, also allein wegen dieser, das würde ich mir ausschneiden, weil ich mag ja so alte Fernsehgeräte gern. Wie haben die es hier drauf geschafft? Das sind alles Fernsehgeräte, die wir tatsächlich in der Pastewka-Wohnung stehen haben. Die stehen da so herum, wenn man mal genau schaut, sind die alle so ein bisschen versteckt und die haben wir einfach nur optisch übereinander gestapelt und unsere Konterface dort rein montiert. Aber heute Abend musst du ja die Pastewka-Wohnung verlassen, richtig? Ja, Bastian ist rausgeschmissen worden, also der Fernsehbastian ist rausgeschmissen worden, letzte Folge und kommt auf die gute Idee, bei seinem alten Kumpel Hugo Egon Balder einzuziehen. Schön, wir gucken mal rein. Aber schön ist, dass du selbst auch noch drüber lachen kannst. Ja, natürlich, über Hugo Egon Balder sowieso immer, der da ganz wunderbar mitgespielt hat. Olli Dittrich ist heute Abend auch noch zu Gast, also es ist fantastisch, das Cast heute. Bist du Pastewka? Ich glaube leider ja. Leider ja? Ja. Warum leider? Naja, also dieser Serien, Bastian, erlebt ja sehr, sehr viel, was ich im wahren Leben mitunter auch schon erlebt habe. Glücklicherweise keine Trennung und ich war auch noch nicht bei Hugo Egon Balder in meinem Leben mal übergangsweise zu Gast. Auch nicht bei Tutti Frutti? Auch nicht. Da gibt es ja Gerüchte, aber das warst du nicht. Nein, nein, ich war nicht. Länderpunkte und so. Ich war 18, glaube ich, als ich damals Tutti Frutti das erste Mal gesehen habe. Ich konnte gar nicht glauben, was ich da alles sehe, weil das ja alles doch sehr rätselhaft gewesen ist. Wie geht das weiter mit Anne und dir und mit Hugo Egon? Ja, schwierig wird es. Ich glaube, auch heute ist dieses Problem noch nicht ganz gelöst. Nächste Woche, nächsten Freitag könnte es sein, dass es dann zu einer Wiedervereinigung der besonderen Art kommt. Da ist dann Christoph Maria Herbst zu Gast in der Folge und es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen geworden. Was ich ja absolut liebe, ist Wolfgang und Anneliese, immer zur Weihnachtszeit. Oh ja, auch dieses Jahr. Wir am 18.12. machen ja eine neue Show. Anke Engelk und ich als Wolfgang und Anneliese. Völlig richtig. Da wollen wir doch noch mal reingucken, oder? Oh, mit ihm. Oh, wo schauen wir rein? Ich bin gespannt. In den Fernseher. In den Fernseher, doch. Die Shakira ist da. Wir haben den Art Fried Fischer dabei. Die Shakira ist da. Und die Riggi ist dabei. Wir wünschen uns von Norbert und Sue das Lied, das dünne Eis, das lieber heißt. Ja, schön. Das dünne Eis, das lieber. Das ist aus der alten Show von 2007 gewesen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Die neue kommt ja erst. Wir machen aus Sicherheitsgründen tatsächlich eine neue. Also eine neue im Sinne von andere Sachen. Und was erwartet uns da? Wolfgang und Anneliese sind noch mit dabei. Nein. Doch, Wolfgang und Anneliese machen wieder eine verrückte Show. Das ist richtig. Wir haben wieder verrückte Gäste. Auch Norbert und Sue, die hier gerade angekündigt worden sind, sind wieder dabei und singen natürlich ein neues Lied. Nicht das alte nochmal, wäre ja albern. Also es wird wieder eine verrückte Weihnachtsshow, die besinnlich, chaotisch und rätselhaft zugleich ist. Vermutte man, die Schlagerbranche fand das aber super natürlich. Ja. Oder in diesem Fall im Ernst, wie war die Reaktion? Ja, duft schon, oder? Wir haben ein bisschen Reaktion bekommen von Marianne und Michael, aber schon vor der Show, noch bevor sie ausgestrahlt wurde, haben Marianne und Michael gesagt, ich glaube, der deutsche Schlager ist bei Anke Engelke und Bastian Plastewka in besten Händen. Und das ist richtig, weil ich liebe Schlager. Also im weitesten Sinne. Manchmal finde ich es auch sehr rätselhaft. Also der ganze Bereich zwischen Volksmusik und Schlager, der ja nicht so wirklich getrennt ist, aber man versucht es immer wieder. Ach doch. Ich schenke dir den Eiffelturm. Oder auch gerne Texte wie, komm, blas mir doch die Wolken fort. Trompeten ist dein Lieblingssport. So was mache ich tatsächlich. Das gibt es alles. In diesem unseren langen, man muss doch genau hinschauen. Nicht verpassen heute Abend 21.45 Uhr hier in Satt 1 von Stefka.